Herzlich Willkommen zu Kite, ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen uns heute diesen, ja ich nenne es mal, Top-Down-Action-RPG-Shooter-Mix. Und zwar wieder ein E-Titel, ich bin da sehr gespannt drauf. Das Spiel war recht lange im Early Access gewesen und kommt heute raus. Ihr seht, da unten steht noch Beta 0.9.8, das ist der letzte große Patch vorm Release. Und da, soweit ich weiß, soll sich da jetzt nichts mehr tun. Das soll ja so final sein und wir schauen einfach mal rein. Es könnte natürlich sein, dass jetzt in der nächsten Stunde irgendwie noch ein Patch kommt, aber mir ist nichts bekannt. Und ja, oh, da kommt eine Cutscene. The Revolution is over. Peace has come to Earth. Nature and Technology have joined forces to save the planet. The sun is finally setting on the old ways of man. Weapons, manufacture and research are banned worldwide. Yet several top-secret facilities remain operational. Ja, ja, ganz geheimlich haben sie wieder voll die krassen Waffen entwickelt. The main weapon site is known as Ash City and houses the master data banks. The most advanced memory ever created is stored safely within the complex. Na, wenn das mal nicht diese Frau ist. Ja, Mann, und ein fetter Kampfjord an hat. Also wahrscheinlich sind wir eine Art Cyborg vermutlich ganz stark. Aber kann ich euch auch nicht genau sagen. Start normal, hardcore locked. Come on, einfach mal start normal. Ah, da kommt es nochmal. Okay. Ich hoffe, wir kriegen das alles so ein bisschen erklärt. Kann ich das vorspulen? Ne, kann ich nicht. Hahaha. Alles klar. Ja, dann müsst ihr es euch nochmal antun. Ah, ihr seht schon. Viele Retro-Pixel-Anleihen. Genau das, worauf ich stehe. Das Nostalgie-Herz schwingt mit. Ganz klar. Und was ich da im Video gesehen hat, sah es auch recht gut aus. Es sah sehr schnell aus. Da müssen wir mal schauen. Und ich weiß noch nicht, ob ich mit Gamepad spielen soll oder lieber mit Maustastatur. Remote Transfer Complete. H-O-R-D. Human Operation Remote Droid. System Operation Max. Rechte Schulter-Taste. The Scientist here will test your functions. The Rescue Number at the top left of your hut shows how many need attention. Und da läuft noch eine Zeit lang. Ist das noch wichtig? Okay. Mit links gehen. Mit rechts zählen. Also, recht analog stick. Hallihallo. Press and hold Spacebar to activate your Turbo-Lax. It'll drain your energy. But you'll take off like a rocket. Awesome. I'm the Rocket Man. Spacebar. Aber... Das muss ja wohl hier eine andere Taste sein. Well, come on. Give them a test run. See how fast you can grab all those Tech Pyramids on your way over the two Virgil keys across the Sky Bridge. Okay. Muss ich erstmal rausfinden, was das ist. Was mache ich mit A gerade? Ich switche rechts unten zwischen Stream und irgendwas anderem. Da ich nicht weiß, was Leertaste ist. Spacebar klappt aber nicht. Ähm... Oh, damit schieße ich. Habe ich irgendwo eine Anzahl an Munnen? Kann ich hier was kaputt schießen? Oh ja, ich kann hier Sachen kaputt schießen. Die ich aber nicht mit einsammeln kann. Was sind das für Waffen? Kann ich die nehmen? Nö. Okay, testen wir mal weiter. Was mache ich damit? Da wechsle ich zwischen Waffensystemen. Und zwar zwischen zwei Messern. Komm hoch. Okay, wir können Sachen wirklich kaputt machen. Können irgendwas einsammeln. So ein Metallschrott. Den wir vielleicht zum Upgraden oder dergleichen brauchen. Okay, links und rechts ist ein Visolaserschwerner. Okay. Kann ich die gedrückt halten? Kann ich. Ist das schneller, wenn ich schnell klicke? Nein, ist es nicht. Okay, da wechsle ich auf eine ganz andere Reihe. Also hier kann ich... Also mit B wechsle ich zwischen... Also ich habe hier zwei Nahrkampfschütter und eine Rocket. Und wenn ich B drücke, bin ich in einer ganz anderen Reihe, wo ich wieder zwei Waffen zur Auswahl habe. Also vier sozusagen. Und zwar zwei Usis. Wieso ist die eine rot? Das weiß ich nicht. Wieso ist die eine rot? Ist die kaputt? Bedeutet, dass die ist kaputt. Scheint ja unendlich Muni zu haben, wie es aussieht. Die wird unten immer wieder nachgeladen, glaube ich, links unten, wenn ihr das seht. Das ist interessant. Ah, links ist eine Photonung... Rechts ein Photonungang, links ist Patron. Auch interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich den Boost machen kann. Okay, wir gehen ins Menü. Oh, mit Start-Button mache ich da rechts oben was auf. Also ihr seht schon, es hat Unmengen Funktionen. Das ist schon ganz schön komplex gemacht. Health, Shield, Gem, Energy, Amo. Aha. Oh, wir verlieren wirklich Patronen. Ne, die regenerieren sich. Seht ihr denn die 100? Egal, ich bin irgendein Cyborg, der die selber neu regeneriert. Also, aber wie stelle ich die her? Nicht, dass ich dafür dieses Grab brauche. Aber, sehen wir... Ne, die Enderzahl verändert sich nicht. Vielleicht bei 28. Rescue, one, enemy, XP, Kills. Aber schön, wir haben ein Rollenspiel, definitiv. Ah, das ist gut. Äh, Turbo, rechte Schulter. Aha. Ich dachte, das war einfach nur zum Vorsprung gedacht. Ja, dann, Resume. Ah. Entschuldigung. Okay, wir haben so eine Art Boost. Alles klar. So, hier liegt noch irgendein Kram rum. Databank. Wir haben uns mal mitgenommen. Ich hoffe, was gut ist. Und wir sollten über irgendeine Brücke, hieß es, um zu... Wie hieß der, Virgil? Virgil sollen wir treffen. Okay, sammeln wir wieder irgendwas ein. Ich habe keine Ahnung, was. Was, wer bist du? Ah. Feinkontakt. Es spielt sich sauflüssig. Macht echt Spaß. Mir gefällt auch hier im Hintergrund dieser Pixel-Look. Das ist echt nett gemacht. Oh, da kommt schon der nächste Gegner. Aber warum wir so angegriffen werden oder so, wird mir gerade nicht erklärt. Was ist das hier? Kann ich da auch nichts mitmachen? Nein. Okay, gehen wir mal hier rein. Hey, what's up? Right. Your armory. We've got an elegant setup for your weaponry mechs. Your left and right trigger fingers are bound to your L and R mouse buttons. You can either use one weapon in each hand or combine them to form a large two-handed weapon. Squirrel the mouse wheel to switch back and forth. Schade, dass die Erklärung für die Tastatur sind, die man mitwinspielt. Big two-handed weapons also have two triggers for their two types of shots. They are ultra-powerful but use loads of resources. Also als die Tastatur-Shooters geht man einfach mal besser. Most guns use ammo, but many use energy and some use bows. Go ahead and test them out on this absolute gear that needs recycling. Alles klar. Jaaaa. Hahaha. Incycling. Nimm die Flammen. Schaden. Aua. Ja. Au. Da nehm ich Schaden. Muss ich denn meine Lebensenergie nehmen? Klar, wenn ich hier aufmache wohl. Nee, sehe ich nicht. Health 700 ist gleich geblieben. Der Schild hat das einfach abgeblockt, sehr wahrscheinlich. Ich denke mal, das Grüne hier wird eine Lebensenergie sein. Das konnten wir eben oben schon mal nicht aufnehmen. Right, your armor. Ja, es passiert recht viel auf dem Bildschirm. Government, Science, Recycle. So, Missione kommt nicht. So wird da irgendwie noch was machen. Dann gibt mir nur die Erklärung, ne? Okay, dann gehen wir weiter. Alliannete. Quads, Max, let's talk defense. The shield bar on the left is your primary defense. Ah, um den Charakter herum das. While active it absorbs all incoming damage. Okay. If you can avoid damage for a second, it will steadily recharge to full. If your shield drops, your Chasses will be exposed. Und das wird da wohl die rechte Nenkel sein. You will lose Hals bar on the right. But a fully charged shield allows your Chasses to repair and return health. Ah, das ist gut. Warten wir doch mal gerade. Ist der voll jetzt gerade? Der scheint voll zu sein. So sind wir tatsächlich im Sterbweg. Das ist schon mal ganz nett. Falls wir Punkte haben, wo wir uns zurückziehen können. Oh, was habe ich damit gemacht? Mit dem Legant Trigger? Man sieht auch links unten, diese blaue, sieht was wie ein Radar aus. Und das geht wieder hoch gerade. Das habe ich gerade benutzt irgendwie. Ah, und ich benutze die Batterie für dieses Schnellbeweg, wie der drunter ist. Okay. Oh, immer alles zerstört, ne? Den Fortnitier. Gewürben. Ja, das Szenario fällt einfach ein bisschen so sci-fi. Das sieht schon fast wie radioaktive Pflanzen aus. Das ist schön gemacht. Also der ganze Look, super. All die Hallöchen. Kann ich mit dem Kasten. Das ist ja, das ist ja. Amigel. Hold Shift to engage your miniature-sized Tempo Drive. You will enter slow-mo and things will slow down. But actually your reaction will just be eject. Hold Shift. Ja, unbounce. They drain a lot of Tempo. But talk about worse and agility also gets boosted increased range damage. Das wird vielleicht das hier sein. Ah, das war slow-mo. Woohoo. Max Payne. Alles klar. Und das regeneriert sich wieder. Ja, die scheinen nichts dagegen zu haben, dass ich hier alles demoliere und einsammle. Wo mach ich das nochmal? Wer weiß, wann es man gerauchen kann? Oh. Gleiterberg. Scrap-Bodos. Plus 50. Use im Workshop. I will rank B. Ja, das ist wie so Level aufgebaut. Ich hab gar nicht gelesen. Ich glaub, es waren in Early Access 8 oder so. Aber jetzt ist ja das komplette, der letzte finale Patch raus. Und ich glaub, es sind 5 mehr, jetzt 13, wenn ich das richtig gelesen hab. Well, Max. What do you think of the fresh upgrades? Debrief. There are many different ways to beat each stage. Changing your objective route may help your time. Even a small time bonus can improve your rank. Das ist die Frage, ob wir da später... Also, es scheint nicht richtig obwohl zu sein. Wie gesagt, es ist eine Art Level. Und ich weiß nicht genau, wie sehr wir wieder in die Level hin und her switchen können. Das wäre schon ganz cool, wenn das noch gehen würde. Um da bessere Sachen oder Stats oder dergleichen zu kriegen. Oh, they're Red Abbey. Testing out your latest and greatest is pretty much what I believe for. Sweet. But you better remember how to use them too. Because that goof Nelson in the garden lab sent out a distress call. Oh no. No way. Do you think there's an actual problem? He could just be chasing us. Everyone knows we just QC... The newest Horde prototype. Maybe he's trying to get a sneak peek at your loadout. Could be. But don't worry. No one's getting a free show. Either way, I better drop in on those jokers. Secret Garden, Destroy Power Supply, Destroy Turrets, Rescue Scientist. Ich vermute, dass die zwei roten... Obwohl, das muss nicht sein. Das sind entweder Zusatzaufgaben, wenn ich mir vorstellen. Also das Wichtigste wird wohl, die zu retten. Aber vielleicht ist das da drüber auch einfach nur rot, weil das hat was mit Brutalität zu tun. Hat mit Zerstörung und das andere nicht. Vielleicht muss man alle drei lösen. Wir sehen ja vier Leute retten. Zwei Turrets zerstören und einmal ein Power Supply kaputt machen. Die Defense Turrets should put down any real threats. And with the Power Supply in the area, the Turrets can repair. Ah, das erleichtert uns natürlich dann auch noch das, wenn wir die Vorher zerstören. Hard to see why they would actually need me. Anyone in danger will be safe once I'm near me and recharge their shields with my Horde reactor. Asuka. Deploy to Secret Garden, press Start Button. Können wir noch machen. Klick hier to see the next tip. Turbo increases strange. Einfach mal los. Das war ja gerade ein Tutorial. Das wird wohl die Stage 1 sein. Okay, wo geht es hier lang? Ah, hier unten. Kommt wir da durch? Ah, ist eine Freischal. Hey, lecker. Hey, das ist ja schon der Erste. Das erinnert mich ein bisschen so mit dem Retten an... Sehr wahrscheinlich geht es auch auf Zeit. Ich hoffe, die können nicht sterben. Ah, ist ja egal. Finden wir dann schon raus. Obwohl, ich kann auch Start machen oder sowas. Ähm, erinnert mich an... Äh... Zombie Ate My Neighbors von LucasArts. Richtig geiles Spiel. Da muss man die ja auch immer retten. Das war auch ziemlich cool. The cavalry has arrived. Security systems activated and went haywire. They started attacking us. Everybody tried to follow protocol. But we ended up scattering. There were five of us. Mined landmines. Nelson did. Look for a three-person team. Alles klar. What? That's terrible. Okay, don't worry. Control will flash you out of here. I'll get to the rest of your people. So, einen haben wir schon. Schön. Eine Rescue Mission. Das ist eh, die muss ich für vorher kaputt machen. Sonst geht es mir wie dem fünften Teammitglied. So, momentan sehe ich noch keinen Grund, irgendwelche anderen Waffen oder Rockets oder dergleichen zu nutzen. Da wir sehr schlecht und schlecht stark damit sind. Kann ich den töten? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich das kaputt machen? Nein. Geht durch. Sieht nicht danach aus. Ja, gehen wir einfach mal weiter. Krawumm. Und Schild regeneriert sich. Okay, da oben. Oh, ah, ah, fies. Aber da oben die Tür, die hier steht, da müssen wir bestimmt nochmal rein. Müssen wir wahrscheinlich erstmal öffnen, damit das dann doch wohl eine von diesen Turrets sei, die sich regenerieren können. Oh, Vorsicht. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Krawumm. Das ist ein bisschen slow-mo auf einmal, ne? Warum? Also, äh, keine Ahnung. Kann an dem Sumpf hier liegen. Ne, jetzt geht's hier an der Stelle wieder flüssig. Das weiß ich jetzt nicht, wann das liegt. Aua. Nicht wichtig, wir regenerieren uns einfach. Erstmal so. Das macht ja auch keinen großen Sinn, die Turrets hinten wegzupallern, wenn die sowieso die ganze Zeit neu kommen. Sollten wir also erstmal irgendwie das Supply-Lipro kaputt machen. Was aber wahrscheinlich nicht die Tür oben war. Restricted Area. Wenn man das hier nicht zum in die Luft geahnt ist. Ja, das haben wir schon gelesen. Ja, das haben wir schon gelesen. Das ist gut, dann rennen wir da nicht noch mal rein. Wir müssen schon mal abwiesen, das hier gibt es jede Menge Schrott, den wir gerne hätten. So, da müssen wir uns wohl durchsprengen. Da kommen wir nicht durch. Ja, also mir gefällt es ganz gut bisher. Können wir auch die Turrets-Karte ballern. Da oben ist. Ah, jetzt kommen wir gleich noch hier zu, als Regner. So, den kann ich gar nicht mehr machen. So, regenerieren wir uns mal voll. Machen wir auch keine Lebensenergie mehr und da stand ja, wenn der Schild voll ist, regeneriert sich auch die Lebensenergie wieder. Sehr gut. Dann müssen wir kurz abwarten. Also irgendwas ist mit der Framerate. Ich verstehe auch nicht genau. Die switcht auf einmal runter auf 30, obwohl sie kontakt bei 60 die ganze Zeit ist. Keine Ahnung. Also ist nicht performance-abhängig, sondern bestimmt noch was anderes nicht. Ich glaube, wir sollten was dickeres für dich nehmen. Was haben wir denn da? Wie wäre es denn hier mit einer Rocket? Das ist seltsam, aber Rocket. Sehr gut. Okay, das ist für die Waffen. Okay, das bringt auch nichts. Dann wieder hier drauf. Damit kann ich die erwischen. Sehr gut. Trink, 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 trink. So, die sind kaputt, also wie gesagt, weil wir es kaputt zerstört haben. Oh, da hält ich ein bisschen aus dem Turret. Das ist ein bisschen schlecht. Ich muss erst mal das kleine Vieh hier töten. Vielleicht muss ich da in die Mieten reinrennen. Aua. Ich bin nochmal kaputt. Oh, Feinkontakt! Oh, ich hatte sie. Da ist es schon wieder. Wieso macht das so Slow-Mor-mäßig? Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt ist es wieder auf 60. Sehr seltsam. Seltsamer Blick da, ne? Das ist echt interessant, so das Design. Ich überlege die ganze Zeit, womit ich das ein bisschen so vergleichen würde. Ich habe ein bisschen on-fancy-Star-Adern überlegt. Aber... Das ist schon für mich eigen, das ist schön. Das ist cool. Wenn ich nur noch 15 Meter kämpfe, mit dem selben Look. Das ist down. Ich muss nämlich noch auf Rocket. Ich weiß noch nicht, warum wir manchmal bis zu wenig werden von der Framerate. Es bleibt ja auch bei vielen, wenn viele Gegner da sind, trotzdem 60 Frames konstant. Ich habe keine Ahnung, warum wir nochmal so gut befreit sind. Und dann auch noch genau auf 30. durchleiten können wir nicht. Die Beine hat dieser Fee. Oder was für. Nö. Nur, um nochmal zu zeigen, dass wir die Gegend zerstören können, was ja schon ganz nett ist. Nö. Nö. Hallihalöschi! Look, they came, we are saved! Does this mean you took out the security system? Yeah man! Those things came online and started wasting us. Nelson went into a panic and just took off. This security system won't be a problem. I'll have this whole area safe in just a tick. So, er hoffe, der nächste ist auch direkt mit weg. Jo. Damit sollte die Quest so gut wie erfüllt sein. Exit. Das wird damit die große Tür oben sein, wo ich erst dachte, das hat mit dem Supply zu tun. Das ist ja auch bei so Topdown-Shootern, die sind einfach etwa in der Mitte raus oder gerade mal einfach so und wenn man mal so 20-30 Minuten Zeit hat, die kann man immer so schnell zwischendurch spielen. Da bieten sich so das Spiel einfach super an. Die Frage ist, ist das einem 10 Euro wert? Oder wartet man eher mal sowieso, was jeder tut, auf den Sale ab und dann wird das einfach nachher geworfen für eine Euro oder zwei. Dann gibt es mal ein Bonus, okay, Dankeschön. B-Rank. Control. What's with your boots in the garden? How in the world did this happen? Nelson is gone. Experiencing lack of input from garden lab data streams ended up the stress call from Nelson. Nelson coolantry missing. Situation unknown. Don't you have total control? Control. And what about the robot call directors? Bots should be blocked from any violent behavior. Correct. In total control of all available functions. However, many functions no longer available. Also correct, directives cannot be modified. Violent behavior violates 6.4 trillion scripts. A rewrite of my operation system is required to run simulation on this reality. Max Arno Quartz An urgent security request just came in from the outer biolab. We need to review your loadout and get you down there. Ich vermute, dass das irgendeine Künstliche Intelligenz wieder mal, wie wir es oft kennen bei Spielen. My team has been cut off, also der Hauptgegner bestimmt, darum drehen die ganzen Maschinen gerade durch. Cut off from most of the R&D people, but we can at least hit the lab and activate the rest of our Protopilot Horde mods. So, da sind wir bei Mission 2 angelangt. Die schauen wir uns aber das nächste Mal an. Bis demnächst, euer Chojin. Bis demnächst, bis demnächst, bis demnächst, bis demnächst, bis demnächst, bis demnächst, bis demnächst,